Hi und willkommen zu meinem nächsten Wunsch. Ich wünsche mir von Herzen, dass ich noch so viele Rezepte kennenlernen kann und so viele Sachen probieren. Ich habe diese Woche Blitzblätterteig probiert. Der ist total in die Hose gegangen, aber ich bin so glücklich gewesen, weil dieses Backen und Kochen, das gibt mir gerade zur Zeit etwas, was ich so sonst nicht kenne. Weil, ja, etwas zu tun ist immer besser, als nur vor dem PC rumzusitzen. Das muss ich jetzt leider auch zugeben. Zu kommen. Ich, äh... Gut, aber so ist es eben. Ja, das ist mein nächster Wunsch. Und, ähm, ja. Ich habe noch drei Blätterteigstückchen im Ofen. Wenn die nicht so fett wären. Ja, morgen wieder. Ja, oder wir tun es unter diese Glocke für Papa und tun es ihm morgen geben. Dann freut das. Ja. Entschuldigt. Und er fett mit mir. Das ist nicht mein asthmatischer Eichhördchen Lache. Aber wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao.